Guten Abend und hallo. Willkommen zum wertlosesten Kanal. Nein, warte, zum wertlosesten Content auf meinem Kanal. Vielleicht ist der Kanal auch wertlos, wer weiß das schon. Ist ja subjektives Empfinden. Jedenfalls, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass dieses Video so lange nicht kam. Es haben sich schon Leute beschwert bei mir. Und der wahre Grund, warum so lange kein Dinge-Video kam, ist ganz einfach, weil niemand auf YouTube irgendwelche Fragen gestellt hat. Und plötzlich, von jetzt auf nachher, war in diesem Freigabemenü von Kommentaren, also ich habe ja meinen Kanal so eingestellt, dass ich die ganzen Kommentare freigeben muss, plötzlich war in diesem Freigabemenü einfach eine fette Liste an Kommentaren. Ich schätze einfach mal, dass YouTube was geändert hat an seinem Spam-Filter und dass es mir halt jetzt einfach alle Kommentare erst durchgepipet hat. Ja, also ich blende euch hier eine Liste ein, wie das so für mich aussah. Plötzlich war einfach eine fette Liste an Kommentaren, die zum Teil bis zu sechs Jahren zurückgereicht haben, die halt vorher irgendwie durch diesen YouTube-Spam-Filter zensiert waren. Also sprich, ich kann diese Kommentare dann auch nicht sehen zum Freigeben. Also falls manche von euch sich wundern, warum ihre Kommentare nicht da sind, wenn sie zum Beispiel im Private-Mode mit dem Browser draufgehen, dann, naja, liegt das halt daran, dass YouTube mir die entweder gar nicht vorschlägt zum Freischalten oder dass ich sie tatsächlich nicht freigeschaltet habe. Aber ich schalte in letzter Zeit eigentlich alle Kommentare frei mit ganz wenigen Ausnahmen. Also die, die mich tatsächlich einfach nur beleidigen, werden natürlich nicht freigeschalten. Und solche Kommentare gibt es schon. Ja, also erstmal noch Entschuldigung dafür, dann der nächste Punkt. Der nächste Punkt ist, ich möchte euch die Wahl lassen, ob ich, also ihr habt ja gesehen, das Holger-Interview war Raute 9. Wir sind gerade bei Raute, ich weiß nicht, 5. Und es gibt Raute 6, 7 und 8 folglich noch. Davon sind zwei Videos produziert, nämlich 7 und 8, nee, 6 und 7 und 8 hätte ich noch gemacht und war ursprünglich geplant als technische Zusammenfassung. Sprich, ich würde ohne jetzt ökonomische Betrachtung, also wie sicher ist, was dadurch, dass das eine halt Echtweltressourcen braucht und so weiter, hätte ich euch eine technische Betrachtungsweise gegeben. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der richtige Weg ist. Ich möchte euch die Option geben, dass ihr entscheiden könnt, a, entweder zwischen dem jetzt normalen Vorgehen, dass ich das Video Raute 8 oder was auch immer halt sozusagen eine technische Darstellung ist. Oder ich kann euch anbieten, dass ich zwischen Raute 6 und Raute 7, also 7 wird dann zu 8 und für 7 nochmal ein Proof-of-Stake-Video mache. Indem ich erkläre, welche Konzepte es zum Beispiel geben könnte, dass man Zufall auf der Inner-Proof-of-Stake-Kette erzeugt. Und auch, wie sicher der Zufall nachher ist im Vergleich vielleicht zu Proof-of-Work. Denn auch Proof-of-Work-Zufall ist nicht flawless. Also gut, ich werde dazu, wenn dieses Video rauskommt oder ein bisschen später oder was auch immer, eine Umfrage in meinem Kanal machen. Und dort könnt ihr das ja, also Telegram-Kanal, dort könnt ihr das ja dann auswählen. Okay. Manche von euch, die Twitter haben, vielleicht oder vielleicht nicht, wissen also, dass, also wissen vielleicht oder vielleicht auch nicht, dass ich ein Video zusammen mit dem Holger gemacht habe. Und zwar nicht dieses Raute 9, sondern ich habe auch das Konsens und Nonsens 42 zusammen mit Hans Moog bestritten beim Holger. Und dieses Konsens und Nonsens Episode 42 gibt es auch auf meinem YouTube-Kanal eine Stunde nach diesem Video. Also heute kommen zwei Videos raus, deswegen wird es aber diese Woche kein Proof-of-Work-Versus-Proof-of-Stake-Video geben. Dieses Konsens und Nonsens, dieser Konsens und Nonsens, diese Konsens und Nonsens Folge Nummer 42 wird auf meinem Kanal kommen und zwar als Video. Das ist, ich glaube, eine Premiere. Ich glaube, es gab noch nie eine Konsens und Nonsens Folge, die gefilmt wurde. Und ja, da haben wir uns sehr viel Mühe gegeben, das zu filmen. Und wir haben insgesamt 442 Gigabyte an Film- und Audiodaten aufgenommen. Also damit ihr mal eine Vorstellung habt, was einigermaßen ordentlich produziertes Video so an Ressourcenkosten nachher. Das ist schon einiges. Das ist ein halbes Terabyte, also ein knappes halbes Terabyte. Trotzdem sind beim Film leider ein paar Sachen schiefgegangen. Der Kameramann war leider inkompetent. Und deswegen gibt es ein paar Ausschnitte. Ich habe mir überlegt, ob ich euch das zeige, aber das tue ich nicht, denn ich habe es ein paar wenigen Leuten gezeigt und die haben dann schon angefangen, irgendwelche Memes draus zu machen. Deswegen mache ich das nicht öffentlich, aber es gibt halt so eine Situation, wo eine der Kameras auf mich zeigt, während aber mein Mikro ausgefallen ist und ich dann so gestikuliere. Und da sieht man, wie ich immer wütender werde in diesem Video und zwar so mit 4K voll auf mein Gesicht reingezoomt. Und dann raffe ich auch noch, dass diese Kamera nur auf mich zeigt. Was bedeutet das, wenn ich beim Nachbearbeiten von einem Video, dass ich halt dann einen Kamerablickwinkel weniger habe, um sozusagen irgendwas zu schneiden oder zu überfilmen. Und just in dem Moment ist leider eine andere Kamera, also für ungefähr 20 Minuten, halt unschauf gewesen, die sozusagen immer mein Fallback gewesen wäre, die so ein bisschen weitwinklig die ganze Szenerie aufgezeichnet hätte, so dass fast keine Zoom-Kamera auf jemanden, der gerade spricht, gerichtet gewesen wäre, dass ich dann halt das Fallback-Bild machen konnte und das war dann auch noch weg. Ja, ich habe fast acht Stunden damit verbracht, diese Konsens- und Nonsens-Folge ordentlich zu schneiden und den Ton ungefähr so hin zu bearbeiten, dass er nicht total scheiße klingt, weil halt, wie gesagt, für ungefähr eine halbe Stunde in dem Vortrag mein Mikrofon ausgefallen ist. Ja, ihr seht also, ich hatte anderes zu tun, als dieses Dinge-4-Video noch am Freitag oder Samstag fertig zu machen. Es tut mir leid, aber jetzt habt ihr ja euer Video. Na gut. Ich komme jetzt zu Userfragen. Und zwar, PJW schreibt, Ghost Typer, dann haben wir eine andere Definition von Maxi Duden, männliche Person, die das Äußerste fordert. Cambridge Wörterbuch English, taking as much action or showing as much involvement in a situation as possible. Und dann im Gegensatz zum Fundamentalist, Anhänger des Fundamentalismus, geistige Haltung, Anschauung, die durch kompromissloses Festhalten an ideologischen, religiösen Grundsätzen gekennzeichnet ist und das politische Handeln bestimmt. Also ich kann mir wirklich nicht helfen, PJW. Aber deine zweite Beschreibung trifft aus meiner Sicht eher auf Maxis zu, im Cryptospace. Okay. Gibt übrigens auch gerade diese Duden-Definition. Also du hast schon recht, männliche Person, die das Äußerste fordert, aber eben auch Sozialist, der die sofortige Machtübernahme der revolutionären Kräfte fordert. Und wenn ich mal jetzt die Hauptwörter weglasse, also sowas wie Sozialist oder die revolutionären Kräfte, dann trifft zwei viel eher auf Maxis zu, weil man hört eigentlich von denen sehr irrationale Aussagen. Übrigens auch ein Grund, warum es diesen Kanal hier gibt. Einfach um, naja, Content im Cryptospace ein bisschen mehr an eine unbiased Wahrheit zu schieben. Okay. Na gut. Also, nur weil der Duden das schreibt, heißt es nicht, dass der Maxi im Cryptospace hier Punkt 1 trifft, sondern diese Maxis im Cryptospace sind schon, naja. Okay. Lenchens Account schreibt, Wie würde man System bewerten, dass sowohl Proof of Work, äh, dass das weder, sorry, die Schrift ist für mich sehr klein und es ist leider kein Display, ja, was leuchtet, Proof of Work noch Proof of Stake benötigt. Gibt es das schon? Ist das überhaupt möglich im Kryptobereich? Ähm, ja, Herrgott, es funktioniert. Okay, ihr seht, dieses Ding hier will mich verarschen, es ist genauso kompetent wie ich beim Vorlesen. Darunter hat auch noch Xcalibur geschrieben, irgendein Proof of macht in einem dezentralen Umfeld schon Sinn. Es gibt neben Proof of Work und Proof of Stake auch noch andere Proofs, zum Beispiel Proof of Space Time von Chia. Äh, also, was sage ich dazu? Ich, ähm, würde argumentieren, dass wir eigentlich immer ein System haben, das sehr ähnlich zu Proof of Stake oder Proof of Work ist. Ich würde auch gar nicht, vielleicht müssen wir diese zwei Sicherheitssystemklassen gar nicht so nennen, sondern wir könnten sie auch einfach äh, Proof of Work nennen, das externe Äh, Entropie zufließen lässt und Proof of Stake das intern alles lösen muss. Also, im Endeffekt ist es schon so, dass es eigentlich nachher unterm Strich nur Systeme gibt, die wie Proof of Work funktionieren und Systeme gibt, die wie Proof of Stake funktionieren. Ähm, zum Beispiel dieses Proof of Space Time von Chia ist ein Proof of Work System mit, gekoppelt mit manchen Schwächen von Proof of Stake Systemen, weil diese Timelords, also diese, keine Ahnung, wie die genau heißen, diese Server, die halt entscheiden, was als nächstes, ähm, sozusagen abgefragt wird, sind halt, äh, kriegen, haben ein paar Schwächen von Proof of Stake. Okay, und, ähm, genauso ist es Proof, also irgendein Proof of, of Authentizität oder was auch immer, ist, ähm, ist irgendwas, was ja aus dem System selber herauskommt. Also, oder, oder wenn, ja, muss eigentlich sein. Das heißt, ähm, im Endeffekt gibt es eigentlich nur Proof of Stake und Proof of Work, auch wenn die vielleicht abgewandelt heißen und, also, genau, der Stake bei Proof of Stake, das muss nicht Geld sein. So einfach ist das. Okay. Ähm, als nächstes fragt schon wieder Lenchens Account. Können wir mal darüber sprechen, ob es bei den Minern von BTC eine Blacklist gibt? Darüber gab es mal eine Diskussion in der Blocktrainergruppe vor vielen Monaten. Ähm, äh, ja, also in zwei, drei Wochen kommt dazu auch in den Proof of Work versus Proof of Stake bei Rote 8 oder 7, je nachdem, wie ihr euch jetzt entscheidet bei dieser Umfrage vorher. und, also, Miner haben wahrscheinlich keine Blacklist. Vielleicht haben einzelne Mining Farmen oder sowas eine Blacklist, aber die setzen sich zumindest jetzt derzeit noch nicht gegenüber dem Netzwerk durch. Ähm, es wird auch erst gefährlich, wenn, also nicht bei 41% oder so, sondern es wird erst gefährlich, wenn mehr aus Sicht dieser zensierenden Miner illegaler Throughput im Netzwerk ist, der nachher von Honest Minern, also welche, die nicht zensieren, sagen wir es mal so, ähm, bearbeitet werden kann. Also, sagen wir es mal so, wenn, wenn eine Mining Farm 20% der Hashrate hat, dann ist halt auch der Durchsatz von nur noch 80% äh, da, der halt solche Transaktionen, die vielleicht von dieser 20% Mining Farm ähm, zensiert werden, meinen würde. Was natürlich schon ein Schaden für diese Person ist, weil die müssen mehr Gebühren zahlen, dass sie halt bei den restlichen 80% auch ganz sicher oder mit hoher Wahrscheinlichkeit drankommen. Ähm, genau, also dieses Zensur und so weiter, da kann man sich schon überlegen, wie man, ähm, damit umgeht. Übrigens, Proof of Work und Proof of Stake technisch glaube ich, dass ein Proof of Stake System besser gegen Zensur-Operationen einzelner Validatoren vorgehen kann, als es bei Proof of Work äh, geschehen kann. Ja. Also gut. Ähm, ich glaube nicht, dass derzeit im großen Stil irgendwelche, ähm, Blockierlisten von Minern äh, gemacht werden, ich glaube auch, ähm, ich meine, es war ja mal mit diesem Mara Pool oder welcher, welcher auch immer, irgendein Pool in den USA hat sowas gesagt, wie, hey, ich zensiere, wir zensieren äh, dies oder das nach irgendeiner Liste vom Staat und das, äh, die haben dann auch eingesehen, dass das halt keinen Sinn macht. Also die anderen Miner, die noch ehrlich sind, die können, solange die halt mehr Hashing Power haben, auch einfach diesem zum Beispiel Mara Pool drohen und halt sowas sagen, wie, hey, wenn du nicht aufhörst mit diesem Shit, dann knüpfen wir einfach nicht wieder an deine Blöcke an, sondern an andere Blöcke, die vor dir waren und somit wäre dieser Mara Pool oder ich hoffe, der heißt überhaupt so, dann nachher vertue ich mich, aber dann wäre dieser Mining Pool halt ausgeschlossen. Dagegen kann man auch wieder Zeug machen und so weiter, man kann niemanden effizient von Proof-of-Work-Mining ausschließen, aber, ja, also ich glaube, es gibt keine solche Listen. Würde keinen Sinn machen, aus meiner Sicht. Gut. Ähm, Lieber Max fragt, ist es nicht so, dass die Ethereum Foundation einfach mit einer Difficulty Bomb jedes Update einspielen kann, welches sie möchte. Wenn die Antwort darauf Ja lautet, ist die Antwort auf die Frage dezentral Nein. Ähm, ja, also in dieses Main-ETH kann mit Hilfe dieser Difficulty Bomb im Prinzip schon jedes Update eingespielt werden. Ähm, aber auch Nein. Also Ethereum hat halt einen ganz anderen Prozess, wenn es um neue Features geht, als Bitcoin. Bei Bitcoin ist es so, dass jedes noch so kleine, irgendwas ändernde Feature halt, ähm, gewählt werden muss. und, und, also, also, zum Beispiel, Taproot und so weiter oder auch Segwit damals und zwar mit sehr großen Mehrheiten, also da reicht nicht 50% Mehrheit, sondern, da werden sehr viel mehr Mehrheiten festgelegt, bis das das dann aktiviert wird oder sowas. Und, das Problem ist aber, dass Ethereum ja eigentlich einen ganz anderen Ansatz verfolgt und zwar aus gutem Grund. Ich habe hier generell den Tipp, man sollte hier nicht Bitcoin mit Ethereum vergleichen. Das sollte man eigentlich generell an vielen Stellen nicht. aber, Bitcoin ist im Prinzip in Anführungsstrichen fertig. Natürlich gibt es Weiterentwicklung, aber das Netzwerk ist da und funktioniert weitgehend einigermaßen. Und, naja, was soll ich sagen? Ethereum ist eben noch lange nicht fertig und deswegen haben die Entwickler von Ethereum gesagt, hey, wir bauen diese Difficulty Bomb ein, hauptsächlich um irgendwann die Proof of Work Miner rauszuforken aus dem Netzwerk oder nicht rauszuforken, aber, ähm, zu stoppen. Weil das irgendwann, weil das auf jeden Fall unrentabel wird, dazu meinen. Aber, es bringt noch eine weitere, äh, Sache, eine weitere, Eigenschaft mit. Und diese Eigenschaft ist, dass es eine Entwicklung gibt, die zumindest die Ethereum Foundation oder wen auch immer, oder die Entwickler, zwingt neue, also zwingt diese Hard Forks zu machen. Das heißt, diese Difficulty Bomb ist gerade dazu da, um immer wieder diese Hard Forks zu haben. Also, wir merken, Bitcoin möchte gar keine Hard Forks. Bei Ethereum ist der Hard Fork, ist ein Hard Fork, das Mittel, also das gewählte Mittel, um das Netzwerk voranzubringen. weil, weil man kann bei so einem komplexen Netzwerk, das nicht einfach beliebig lang rückwärtskompatibel halten. Es ist viel einfacher, immer alle auf einen sehr ähnlichen Stand zu zwingen. Wann immer das jemand nicht will, kann er einfach von diesem Netzwerk wegforken, genau wie Ethereum Classic das getan hat. Und, ja, dann kann er ja mit seinem Netzwerk alleine weiter glücklich werden. Und dann entscheidet der Markt entsprechend, wie viel von diesem, naja, wie viel Kapitalisierung dort noch dahinter steckt, wie viele Leute dieses Netzwerk nutzen. Und da gibt es schon einen Grund, warum Ethereum viel besser dasteht als Ethereum Classic. AB möchte im Prinzip, es ist leider viel Text, ihr könnt euch das ja hier durchlesen, wie immer, möchte im Prinzip wissen, wie ist das eigentlich mit der Fairness der beiden Sicherheitsmechanismen oder Mechaniken. Ich würde, ja, also, okay, wir können das ja einfach mal bewerten. Was braucht man denn bei Proof of Work und was brauchen wir bei Proof of Stake, um im Netzwerk mitmachen zu können? Ich lese vielleicht erst mal, gehen wir mal kurz Proof of Work durch. Ich glaube, du hast ja Proof of Work und Proof of Stake auch selber beschrieben. Und zwar, Proof of Work. Kompetitives Mining. Nur wer am Ball bleibt, erhält die Rewards. Arbeitsleistung wird belohnt. Der kleine Mann entscheidet mit seinem Raspberry Pi, ob die Änderung akzeptiert wird. Ist das so? Das ist hier die Frage. Ich weiß schon, dass es so verkauft wird von zum Beispiel dem Blocktrainer. Okay, reden wir mal über Proof of Work. Wenn ich bei Proof of Work in irgendeiner Form wirtschaftlich am Konsens teilhaben will, dann brauche ich Hardware. Ich brauche entweder Grafikkarten oder CPUs oder ich brauche ASICs im Pfeil von Bitcoin. Also reines SHA-256-Mining lässt sich extrem gut optimieren auf dedizierter Hardware dafür. Also Hardware, die speziell dafür gemacht ist, sprich ASICs. Ich weiß nicht, was kostet so ein ASIC-Miner? Ich glaube, derzeit sind wir sogar fünfstellig für ein Gerät. Bin mir nicht sicher. Leute können das ja korrigieren, wenn ich mich hier vertan habe. Nichtsdestotrotz, auch wenn es noch vierstellig ist, dann ist es trotzdem so, dass es eine sehr große Anschaffung ist, die auf keinen Fall für den einfachen Mann machbar ist. Also klar, jemand kann für 10.000 Euro oder so so ein Miner aufstellen oder was auch immer der jetzt kostet und irgendwo, wo er vielleicht günstig genug Strom bekommt, dann tatsächlich dafür meinen. Das Problem ist, dass so sozial gerechtigkeitsmäßig halt trotzdem niemand, der das Geld dafür nicht hat, halt nicht, also der kann nicht mitmachen. Weiter ist es so, sagst du ja gleich, der kleine Mann ist in der Lage mitzumachen, weil er entscheidet ja mit seiner Not, ob er diese Änderung haben will oder nicht. Also an der Stelle, glaube ich, ist schon ein bisschen Utopie, aber machen wir einfach mal weiter. Proof of Stake. Ich bin ein Großinvestor und parke mein Geld. Ohne Arbeit erhalte absolut mehr wie ein Geringverdiener. Meine Macht steigt stetig. Der große Investor entscheidet durch seine Coins, was an Änderungen im Netzwerk angenommen wird. Proof of Stake ist der Eintritt, damit man staken kann, je nach System auch unterschiedlich, ist ja auch bei Proof of Work unterschiedlich. Also ich habe ja vorher gesagt, es gibt auch Systeme, die meint man mit Grafikkarten oder einfachen CPUs. Bei Proof of Stake gibt es auch solche Unterschiede zwischen den einzelnen Netzwerken, nämlich ist es Delegated Proof of Stake, dann kann ich höchstwahrscheinlich in meiner Wallet einfach so etwas sagen, wie ich Stake auf diese oder jene Super-Repräsentative-Node oder irgendwas. Und dann ist mein Stake einfach auf dieser Node registriert und ich habe eigentlich nur einen Wallet und nicht mal einen Node gebraucht, um das zu machen. Das heißt, am Konsens mitwirken, wenn auch nicht direkt, sondern halt repräsentativ, dass ich halt mit meinem Stake entscheide, für welche Node ich vote und diese Node dann halt diesen Power mehr bekommt an Coins, die ich dort halt stake. Ich finde, dass es auf jeden Fall zu dem wirtschaftlichen Part, also dass jemand als Validator, also ich meine, ist ja kein Validator dann, aber er gibt sein Geld einem Validator, dass der mitmachen kann, ist auf jeden Fall ein kleinerer und günstigerer Einstieg als bei jedem Proof of Work Mining. Also ich würde es an der Stelle jetzt erst mal als Vorteil sehen. Ist aber natürlich immer nur so weit ein Vorteil, wie die Leute tatsächlich ordentlich mit dieser Verantwortung umgehen, die sie haben, wenn sie Leuten ihr Geld geben. Sprich, wenn also alle Leute ihre Kohle auf Börsen tun, dann können natürlich die Börsen sehr viel Macht bekommen. da ist aber auch so was geschrieben, wie, dass der Großinvestor, ähm, genau, dass die Macht des Großinvestors stetig steigt und dass der Großinvestor auch durch seine Coins entscheidet, was für Änderungen am Netzwerk vorgenommen werden. und das ist falsch. Also generell ist es erst mal so, dass, ich weiß nicht, was habe ich da nicht dazu geschrieben? Achso, ja, okay, ich habe nur eine Rückfrage gestellt. Also generell ist es so, dass Proof-of-Stake und Proof-of-Work keinen Unterschied machen im Konsens. In dem Sinne, dass Leute mit mehr entweder Mining Power oder mehr, ähm, Stake-Regeländerungen am Netzwerk durchführen können. Sondern das funktioniert bei beiden gleich. Dazu mein Proof-of-Work versus Proof-of-Stake Graute-Eins-Video. Da erkläre ich, wie Kryptonetzwerke generell funktionieren. Der Konsens wird ausgeführt auf den Nodes und wird auch gemacht von den Minern. Sprich, Miner müssen sich natürlich an den Konsens halten, wenn sie einen Blog machen oder Validatoren müssen sich an den Konsens halten, die einen neuen Blog generieren. Wohingegen die anderen Gossip-Teilnehmer, also alle anderen Nodes im Netzwerk, die nehmen ja nur einen Blog an, der halt auch den Konsensregeln entspricht. Und genauso wie Leute bei einem Proof-of-Work-Netzwerk voten, also die kleinen Leute mit ihrer Note, genauso können die auch bei einem Proof-of-Stake-Netzwerk voten. Und jetzt kommt das eigentliche Problem. Warum glauben so viele Leute hier, also so viele Leute, mit denen ich rede, glauben, dass ihr Vote auf ihrer Note halt eine echte Relevanz hätte. Das ist mitnichten so. Technisch ist es natürlich korrekt. Jemand, der eine Note betreibt, der kann einfach sagen, ja, mein Konsens ist aber folgender und dann einfach seine Note nicht updaten, wenn sich was im Netzwerk ändert. Aber die Wahrheit ist doch, man ist dann raus aus dem Netzwerk. Sondern, also es müssen eben genug Leute sein, und genug von jeder Komponente, es müssen genug Miner sein, die mitziehen, es müssen genug reine Note-Benutzer sein, die mitziehen. Und das gleiche ist eben auch bei einem Proof-of-Stake-Netzwerk. Also wenn sich genug Leute finden für einen Fork, damit so ein geforktes Netzwerk auch gut bestehen kann und nicht einfach in sich zusammenbricht, ganz einfach, weil nur zwei Notes daran beteiligt sind oder sowas, kann ein neues Netzwerk entstehen. Das hat man ja bei Ethereum zum Beispiel gesehen, als Ethereum Classic entstanden ist. Dort waren auch ein paar Leute nicht der Meinung, also ein paar kleine Leute waren nicht der Meinung, hey, wir wollen nicht diesen Rollback mit diesem Dow-Hack, also machen wir unsere, also nehmen wir diese Änderung nicht ab, wir updaten nicht dieses wir updaten nicht auf die neue Software und jetzt auch gleich mal zu dieser Frage vorher von Lieber Max die forken auch die Software und entschärfen einfach diese Difficulty Bomb, ist doch kein Problem und machen dann ihr eigenes Netzwerk und jetzt merkt man vielleicht auch, nee, ich rante, ich glaube, ich rante erst nachher drüber, ich habe nicht, ich glaube, noch so eine spezielle Frage, also nur, um das mal klarzumachen, Proof of Work oder Proof of Stake trifft keine Aussage darüber, wie das Netzwerk an und für sich funktioniert und dass jemand mit vielen Coins irgendwelche Entscheidungsgewalt im Netzwerk hat. Man kann in solche Systeme so eine Art DAO einbauen oder was auch immer, das könnte man aber bei Proof of Work und bei Proof of Stake machen. Und das sind aber ganz andere Entscheidungen halt, die so ein Netzwerk beim Gestalten trifft. Also im Endeffekt ist so eine DAO, auch wenn halt irgendwelche Bitcoin Miner irgendwas signalisieren in ihren Blöcken und man dann halt auf, keine Ahnung, 95 oder x Prozent kommen muss, bis das halt irgendwas aktiviert wird oder sowas. Also vielleicht ist das fürs Verständnis gerade eine gute Sache. Der kleine Node-Betreiber hat ja nicht wirklich die Wahl, ob Taproot kommt oder nicht oder irgendwie sowas. Und genau so verhält sich das bei Proof of Stake. Naja, okay. Mario schreibt, ja, hier sind wir beim dritten Kandidaten. Mehr Node-Implementationen braucht es nur bei zentralisierten Projekten wie Ethereum. Das ist natürlich Bullshit. Ich hoffe, das ist jedem klar, der sowas hört. Wenn ein System schon zentralisiert aufgesetzt ist und auf Dezentralität scheißt, dann kann es auch genau einen Client verwenden. Weil dann werden die eh machen, was sie wollen. Ethereum setzt auf mehrere Clients, ganz einfach, weil deren Ziel die maximale Dezentralität ist, die man bekommen kann. Das klingt jetzt erstmal dumm, aber technisch sind Bitcoin und Ethereum, was auch vor allem Proof of Stake Ethereum, was nicht so weit voneinander entfernt, wie man das gern glauben möchte, wenn man manchen Leuten auf YouTube zuhört. Und jetzt die eigentliche Frage. Eine Frage habe ich dennoch. 35, 35, keine Ahnung, war wahrscheinlich das Video mit dem Holger oder so. Ethereum ist unfalkable. Wie wurde dann aus Ethereum ETC und ETH? Okay, jetzt können wir beginnen, über dieses Thema zu reden. Und mit wir meine ich natürlich nur mich, weil es ist ja nicht interaktiv, was wir hier machen. Ethereum ist damals geforkt, weil es im Prinzip ein relevantes Projekt auf Ethereum gab und dieses Projekt wurde gehackt. Das wäre, wie wenn das Steckenpferd von Bitcoin durch einen Hack gebrochen wird, nämlich, dass jemand mehr als 21 Millionen Bitcoins macht. Und jetzt erinnern wir uns zurück, wie war das eigentlich damals 2010 bei dem Inflations-Bug, wo jemand viel mehr als 21 Millionen Bitcoins erzeugt hat und dann irgendwie auf zwei Konten verteilt hat. Ach warte, Bitcoin hat dann die Kette geforkt und also ein Hard Fork gemacht und eine neue Kette gebildet. Genau das gleiche, was die Ethereum Foundation gemacht hat. Damals haben also keine Ahnung, Helfini und Satoshi gesagt, jo, wir forgen Bitcoin. Bitcoiner heute so, oh, Bitcoin ist so geil, kein Problem. Ethereum, der Dowhack, ungefähr, auch nach, was weiß ich, anderthalb Jahren oder wann das war, oder ein bis zwei Jahren, Dowhack, Ethereum rollback the chain, genau das gleiche, was Bitcoin gemacht hat, Ethereum rollback the chain, alle Bitcoiner so, oh, Ethereum so zentralisiert, es geht mir wirklich auf den Sack. Da haben manche Leute, und das muss ich so sagen, wirklich gute Arbeit auf YouTube geleistet, dass all diese dummen Dinge in den Köpfen der Leute drin sind. Der Cryptospace war zu dem Zeitpunkt, als dieser Dowhack bei Ethereum war, woraus an der Fork entstanden ist, zu Ethereum Classic und normalem Ethereum, länger und älter als bei Bitcoin. Der ist im Prinzip mit Bitcoin, also Cryptospace, meine ich, alles, was mit Crypto zu tun hat, auch Bitcoin. Der war halt 2010 anderthalb Jahre alt oder so, war also viel kleiner und deswegen kam niemand auf die Idee, okay, wir forgen einfach ein zweites Bitcoin her, weil Code ist Law und es ist völlig okay, dass eine Person durch Betrug die fünffache Menge oder was auch immer an allen Bitcoins, die jemals entstehen werden, auch noch auf ihrem Konto hat. Das war einfach klar im sozialen Konsens, dass das keinen Sinn macht und dass man das nicht tun will. Bei Ethereum war der Bug nicht mal in Ethereum selber, sondern er war in einem Smart Contract, aber es war eben im Prinzip das einzige was es zu der Zeit auf Ethereum gab oder das einzige mit Relevanz und hat Ethereum die Foundation hat sich halt dazu entschieden zu rollbacken aber der Cryptospace war älter deswegen konnte jemand sagen ja gut dann machen wir eben ein Fork von Ethereum wir nennen das Ethereum Classic und dann passiert genau das was passiert der Markt entscheidet welches System ist erfolgreich und welches nicht und das sieht man heute auch an der Market Kapitalisierung und auch an dem was halt jeder einzelne Coin eben wert ist Ethereum war damals Forkbar weil es gab nur ein Projekt genauso wie auch Bitcoin 2010 diesen Fork ganz ohne weiteres mit gemacht hat und sich im Prinzip keiner quer gestellt hat wenn du heute in Bitcoin einen Fork machen würdest der 6 Stunden zurück geht oder was das damals war bei dem Back dann ist das schon ein massiver Eingriff der heute garantiert viel viel mehr diskutiert wird und vielleicht auch zu irgendeiner Art von Fork führt jetzt kommt auch der Unterschied so ein Bitcoin ist zumindest der Zeit noch viel viel einfacher Forkbar also auch ein Fork das nicht nur zwei Ketten kommen das ist nicht gar nicht so sondern dass jemand sagt wir setzen ein neues Bitcoin auf ein Bitcoin und wir haben gerne inflationierte Bitcoins Fork wenn wieder so ein Fehler passieren sollte ist natürlich klar bei Bitcoin passieren insgesamt weniger Fehler weil es älter viel besser getestet und es ist auch viel weniger komplex als Ethereum also bei Ethereum weil komplexere Software passieren automatisch auch mehrere Fehler und es ist ein Multi-Client System und so weiter dafür muss man insgesamt sagen ist die Leistung von Ethereum gar nicht so schlecht und jetzt kommt der Punkt warum ist Ethereum heutzutage unforgable ich möchte das auch erklären Ethereum ist oder ich sage und ich habe das zugegebenermaßen vom Holger übernommen aber das ist ein rationaler Gedanke der macht sehr viel Sinn auf Ethereum gibt es heute irgendwelche Leute die Dienste anbieten und Dienste anbieten heißt zum Beispiel Tether also USDT Tether ist ein Smart Contract also ein ERC20 Smart Contract auf Ethereum ist aber auch ein Smart Contract auf verschiedenen anderen Plattformen gibt es zum Beispiel auf Tron und Omni oder keine Ahnung wo überall noch und was im Prinzip hinter USDT steckt ist dass Tether behauptet zumindest dass sie diese ganzen US-Dollar irgendwie haben das heißt damit der ganze Wert an US-Dollar gebackt ist mit richtigen US-Dollar das heißt wiederum dass Tether dir im Prinzip für jeden US-Dollar den du Tether gibst einen echten US-Dollar rausgeben können müsste oder so also mal unabhängig davon ob das jetzt tatsächlich stimmt nachher oder wie gut die und so weiter aber wenn jetzt Ethereum folgt dann wird Tether sagen okay wir haben nicht plötzlich die doppelten US-DT oder US-Dollar das heißt wir müssen uns für ein Netzwerk entscheiden das dann gedeckt ist mit Tether und das andere Netzwerk ist nicht gedeckt und genau so musst du das nicht nur Tether machen sondern es muss US-DC machen und es müssen alle anderen Dinge zum Beispiel Wrapped Bitcoins also WBTC sind Bitcoins die auf das Ethereum Netzwerk gerappt wurden die Firma die dahinter steht die wird Bitcoins hoffentlich haben sie die Anzahl die ausgegeben wurde und weil Bitcoin ist ja nicht inflationierbar das heißt auch die müssen sich entscheiden ja unsere WBTC sind nur gültig auf diesem oder jenem Ethereum und dadurch wird eigentlich relativ klar dass sich diese ganzen Firmen entscheiden werden für eine Plattform die haben gar keine andere Chance außer dass sie sich gemeinsam zusammenraufen in irgendeiner Form und sagen wir sind nur noch auf dem Ethereum echt oder auf dem Ethereum Classic 2 oder was auch immer der Grund ist auch noch dass diese ganzen Smart Contract Plattforms also irgendwelche DeFi Produkte irgendwelche dezentralisierten Exchanges irgendwelche Landings Landing Dinger oder Maker Dow welches halt keine Ahnung welches halt DAI also US-Dollar Stablecoin rausgibt all diese Dinger die gehen ja nur also diese Smart Contracts sie sind ja in Abhängigkeit auch davon ob USDT oder USDC gedeckt ist und von dezentralen Exchanges wird als Oracle sozusagen der Wert von Ethereum zu diesen Coins genommen das heißt wenn also wenn Tether weg geht wird weg ginge von einer der Plattform die dort folgt und nur noch auf der anderen Wert und wer es auf der die folgt würden alle diese DeFi Smart Contracts und so weiter zusammenbrechen ganz einfach weil die ungedeckt sind und alle diese DeFi Produkte fallen dann halt zusammen ganz einfach weil der Wert raus ist aus dem System ich könnte es jetzt noch mehr im Detail erklären vielleicht noch ein Beispiel gerade Maker Dow ist so dass es Ethereum oder was halt die Systemwährung nachher ist Ethereum Classic oder was auch immer wertet gegen den ausgelesenen Wert von Ethereum zu US-Dollar zum Beispiel von Uniswap oder irgendeinem anderen Smart Contract oder einer Serie von Smart Contracts und genau das ist das genau das ist das Problem wenn das USD Tether auf der Plattform kein Gegenwert mehr hat dann sinkt der Wert auch auf diesen dezentralen Börsen gegen Null weil halt keiner mehr bereit ist dafür also das zu kaufen für Ethereum oder für Ethereum Classic und dann wird dieser Maker Smart Contract halt all diese Einlagen liquidieren die es dafür gibt das heißt alle Leute die dort DAI als Stablecoin haben verlieren halt verlieren halt ihre eingeloggten Ethereum Classics oder was auch immer also ich hoffe es ist klar durch das Ökosystem dahinter was halt also durch die durch diese ganzen ökonomischen Verflechtungen die sich durch DeFi ergeben sagen wir es einfach mal so ist es ist es so dass Ethereum eigentlich nicht mehr forkbar ist es ist die Software forkbar in der man einfach ein ganz neues Netzwerk aufsetzt vielleicht eins ohne Ethereum Foundation wenn man wirklich glaubt dass die Ethereum Foundation das Problem ist und ich muss euch gleich sagen ich glaube nicht dass die Ethereum Foundation das Problem ist wenn wir überhaupt in die History schauen also in die Geschichte wie sie in der Vergangenheit war dann sind auch die Parallelen zwischen Bitcoin und Ethereum ziemlich ähnlich also wer dieses Video mit dem Holger gesehen hat der weiß ja jetzt auch dass es mal eine Bitcoin Foundation gab ich sehe auch die Gefahr übrigens nicht so hoch dass die Ethereum Foundation für immer bleiben wird denn wenn sie wirklich für immer bleiben würde dann ist es trotzdem so dass daraus die Technologie entsteht mit der man ein dezentrales Netzwerk schaffen kann auch ohne irgendeine Foundation sprich im Worst Case kann es sein dass man die Ethereum Foundation einfach raus folgt aber die Ethereum Foundation trifft halt insgesamt gute Entscheidungen die halt auch sehr gut bei der Community ankommen und ich weiß schon ihr denkt immer so auch die Ethereum Foundation die aufgrund von der Difficulty Bomb ja dann machen die irgendwas in der Software rein was nicht akzeptiert wird das ist aber einfach falsch es gibt da draußen YouTuber die bringen euch falsche Sachen bei Ethereum schreibt eine Spezifikation wie Ethereum funktionieren soll aber die ganzen Clients die entwickelt werden die das auch nachher umsetzen den Consens und so weiter das sind nicht Leute von Ethereum da das ein Client gerade für Proof of Stake von Ethereum und das ist ein Referenzclient der Market Share von weniger als 1% hat also der soziale Consens bei Ethereum funktioniert halt so dass diese Sachen ausdiskutiert werden auf Twitter auf Reddit auf irgendwelchen Plattformen bei Gitter oder was auch immer also irgendein Chat und dann wird relativ also dann finden die einen Consens wie sie mit Ethereum fortfahren wollen es ist nicht so dass nach einer Ethereum Foundation es einfach schnippt und sagt so läuft der Hase jetzt ja egal ich meine ihr werdet eh glauben was ihr wollt aber wenn ihr euch einfach ein bisschen damit beschäftigt oder ganz ehrlich lernt programmieren und programmiert mal mit bei irgendeinem Ethereum Projekt dann werdet ihr merken dass es überhaupt nicht so ist wie es halt einfach zum Teil erzählt wird oh okay wir haben hier noch eine Frage ja der Borsti fragt noch ich freue mich schon auf das Video über MEV zu wann kann man das erwarten niemals ne Spaß der Borsti möchte dass ich über MEV rede also was ist MEV MEV steht für Minor Extractable or Extracted Value und wer ja alle wissen ist der Borsti ja so ein IOTA Schiller Liebhaber wie auch immer ähm und es gibt den Claim bei IOTA dass es nicht möglich ist dass dort sowas wie diese MEV Problematik bei Ethereum oder fast jeder anderen Smart Contract Plattform auftritt wenn wir aber das diskutieren wollen muss ich euch natürlich erstmal erklären was ist MEV eigentlich bei Smart Contract Plattformen bei vor allem Turing kompletten Smart Contract Plattformen ist es ja so dass man die eigentlich gar nicht dazu nutzt um irgendwelche Kohle zu verschicken in Anführungsstrichen Kohle also zum Beispiel Ethereum oder sowas ist ja kein Geld aber halt hat Wert und so weiter also wenn man Ethereum wenn man nicht nur Ethereum verschicken will dann passiert sehr schnell dass man auch irgendeine Smart Contract Plattform also irgendwelche Smart Contract Dinge auf Ethereum oder jeder anderen Plattform bei einem Smart Chain oder was auch immer nutzt und typische Smart Contracts dort sind zum Beispiel sowas wie Uniswap machen wir einfach mal ein Beispiel Uniswap funktioniert so es gibt so Liquidity Provider also ich will es nicht im Detail erklären aber es gibt Leute die stellen Liquidität zur Verfügung und dann gibt es Leute die stellen im Prinzip die stellen Anfragen an diesen Liquiditätspool das seid im Prinzip ihr wenn ihr einfach auf Uniswap geht und dann nachher sowas sagt wie hey ich möchte gerne diesen Coin mit jenem Coin swappen das heißt sprich ihr habt USDT und ihr möchtet den tauschen in Ethereum Wrapped Ethereum was auch immer dann kommt aus USDT dann kriegt ihr für eure USDT halt eine bestimmte Anzahl Ethereum und wenn jetzt mehr Leute herkommen also vom Wert her die halt USDT in Ethereum swappen dann ist es so dass der Preis auf dieser Dezentralen Exchange wie viel USDT man zahlen muss für Ethereum nach oben geht ist ja klar weil eben mehr Nachfrage ist als Leute die umgekehrt für Ethereum halt USD dollar USD dollar Tether was auch immer haben wollen also wenn mehr Anfrage da ist für zum Beispiel Ethereum dann bedeutet es dass der Preis von Ethereum steigt oder im Verhältnis zum Ethereum Preis der Preis von USD oder USDT sinkt ich hoffe das ist jedem klar das Problem jetzt ist dass im Prinzip könnte ein Miner der sich jetzt entscheidet den Block zu minen die ganzen Befehle die alle an diesen Uniswap Smart Contract gehen der im Prinzip USDT tauscht mit Ethereum könnte der Miner jetzt alle diese Anfragen sammeln sind zum Beispiel 20 Stück im Pool und wenn er einfach nur diese Anfragen auf einmal nimmt in einem Block das sind ja alles Kauf Anfragen also jemand würde USD ausgeben also USD steht jetzt für USDT also jemand würde USD ausgeben um Ether dafür zu bekommen dann kann der Miner einfach all diese Anfragen nehmen baut davor Anfrage ein also meint einfach eine Anfrage er hat ein Private Key auch zu dem Konto meint dazu eine Anfrage die sowas sagt wie ja Kauf Ethereum für USDT die baut er unten ein dann baut er die ganzen anderen Anfragen ein und oben baut er wieder eine ein wo er sagt ja und verkauft die wieder das bedeutet dadurch dass er weiß was er meint und weil er diese Transaktionen reorgen kann sozusagen weil er kann ja im Prinzip bestimmen in welcher Reihenfolge kommen diese Dinge im Block kann er dadurch zum Beispiel ganz einfach Gewinn machen das heißt die Leute die hier jetzt was ist ich 20 Käufer von Ethereum für US Dollar die kommen jetzt alle der Reihe nach und erhöhen den ETH Preis meinetwegen um 50 Dollar dann kann hier unten der Miner einfach sagen ja ich kaufe jetzt für 3000 Dollar ein ETH dann diese Transaktion schiebt er unten ein dann kommen alle anderen und dann schiebt er oben eine Verkaufsposition wieder ein und hat halt 50 Dollar Gewinn gemacht zum Beispiel und das könnte er natürlich aber auch mit 30.000 US Dollar mit 300.000 US Dollar machen und dann hätte er halt statt 50 500 oder 5.000 Dollar Gewinn und mal angenommen der Miner findet so jeden zehnten Block dann kann er das halt bei Ethereum so alle zwei Minuten so viel verdienen wenn es halt so viele Käufe gibt und natürlich würde er das nicht nur machen für USDT zu Ethereum sondern er würde das für alle Wertepaare machen die der halt irgendwie einprogrammiert hat in sein Ding und das ist also das Problem mit diesem Minor Extracted Value das ist auch nur ein Beispiel solche Leute sind dort extrem kreativ wenn sie jetzt halt versuchen dort Methoden zu finden mit denen sie halt irgendwie Geld machen können also man kann im Prinzip ist jede DEX angreifbar im Prinzip ist jede also das ist kein direkter Angriff und ihr als User müsst ihr auch mit sogenannter Slippage rechnen also Slippage ist bei solchen Dexes könnt ihr das einstellen wie viel Preis Slippage seid ihr denn bereit zu akzeptieren und wenn dieses Slippage passiert dann wird der Smart Contract halt bei dem ihr diesen Tausch macht das entweder Rollbacken oder der Tausch klappt also mal angenommen diese Miner meinen also übertreiben das dann müsste ja diese also das ist jetzt der Block mit allen all diesen US-Dollar zu Ethereum tauschern wenn der Miner da unten jetzt sagt ja für 30 Millionen USD kaufe ich jetzt Ethereum dann würde der Ethereum Kurs so weit hoch gehen dass die aus Slippage laufen und diese Transaktion gecancelt würden das ist also es ist also nicht möglich das beliebig weit zu machen sondern man kann die halt immer nur bis zu dem 1% oder 3% oder was immer als Slippage eingestellt ist betreiben jetzt muss vielleicht bewerten was ist also wie groß ist das Problem von meiner Extracted Value Also Ethereum hat jetzt kürzlich so ein EIP 15 irgendwas gemacht das hat dazu geführt dass Miner jetzt automatisch auch noch weniger Geld bekommen und seither ist so die Gefahr oder Vermutung dass Miner halt noch viel aggressiver dieses Miner Extracted Value ausreizen und irgendwann auch bei Proof of Stake kann das immer noch ein Problem sein sag ich jetzt einfach mal so auch wenn es theoretisch Dinge gibt die man sich überlegen kann die man dagegen tun kann bei Proof of Stake auf jeden Fall wie groß ist jetzt eigentlich das eigentliche Problem also es ist schon in Anführungsstrichen Diebstahl so sehen es manche Leute zumindest an an den Usern von einer Plattform Andererseits wenn es die Miner nicht machen dann könnte es ja also dann versucht es halt irgendein Frontrunning Bot zu machen und wenn es ja für mich ist das also ich finde ich persönlich finde das erstmal nicht so schlimm wenn es Miner nicht so arg übertreiben würden wie das tatsächlich passiert was man jetzt verstehen muss es ist so eine Art ich nenne es jetzt mal Schwarzmarkt entstanden eigentlich ist es kein Schwarzmarkt sondern es ist eher so ein ja sind halt Absprachen sprich es gibt eine Art Brokering wo halt Leute Blockspace kaufen können also auf der Ethereum Blockchain Blockspace wo die Transaktionen submitten können die dann auf jeden Fall reinkommen und auch über solche Kanäle kann man also es kostet dann natürlich viel mehr als die normalen Transaktionsgebühren aber kann sich halt lohnen wenn man damit eben gerade so MEV Value halt rausbekommt also überall wo man eigentlich irgendwie Geld verdienen kann schafft sich halt eine Industrie weil Ethereum eben Turing komplett ist und so weiter und man damit halt solche Sachen machen kann wie Dexes gibt es Leute die halt sowas ausnutzen es gibt verschiedene Ansätze die man dagegen tun versucht zu tun sowas wie damit man im Protokoll eine fixe Reihenfolge festlegt in welcher Reihenfolge in so eine Block Transaktion kommen müssen und so weiter das Problem ist dass es nicht so richtig funktioniert weil ein Miner hat ja jede beliebige Option irgendwas zu meinen oder nicht also man kann bei Proof of Work vor allem halt nur sehr schwer einen Miner dafür bestrafen dass er vielleicht einfach eine Transaktion zensiert und nicht mit rein nimmt das heißt dieses MEV Problem wird man immer haben genauso wie man das Problem von Frontrunning Bots immer haben wird ja und jetzt gibt das Gerücht bei IOTA dass es dort zum Beispiel nicht so ist und ich muss sagen darum gemacht ob meine Miner Extracted Value dort tatsächlich kein Problem sein kann ich bin mir aber recht sicher dass Frontrunning Bots auf jeden Fall noch zur Hälfte ein Problem sind bei IOTA also es ist auf jeden Fall nicht alles Gold was glänzt also Frontrunning ist im Prinzip das gleiche ich habe schon mal über Frontrunning gesprochen aber Frontrunning ist im Prinzip das gleiche was die Miner machen mit diesem MEV nur dass es Leute sind die den Mempool beobachten und dann halt reagieren und der Punkt ist dass man auch bei IOTA immer noch eine spezielle Node entwickeln könnte die halt sozusagen eine eingehende Transaktion sieht oder man macht ein XI Modul oder was weiß ich was dort im Äquivalent dazu gibt damals bei es kommt rein eine Übertragung also so eine so eine Aufforderung bei sowas ähnlichem wie Uniswap halt nachher auf IOTA und dann ist es halt so dass die Node einfach bevor sie diese Instruktion an alle anderen weiter gibt einfach ihre eigene Kaufoption weitergeben muss und dann diese Operation und dann ist es halt eine Frage wer vom Netzwerk halt als erstes dort ankommt bei einem ausführenden Komitee oder was auch immer für diesen Smart Contract das heißt Frontrunning ist auf jeden Fall nicht komplett unterbunden dann was ich mir durchaus vorstellen kann ist dass sowas wie das Miner Extracted Value erst mal auf jeden Fall kein Ding ist oder oder Tangle mit Blöcken die nur immer eine Transaktion enthalten so kann man sich das halt vorstellen ja also ich hoffe der Überblick über Miner Extracted Value und was es eigentlich ist hat geholfen wie sich das genau bei IOTA verhält das kann ich jetzt nicht sagen eine Stunde nach Start dieses Videos also 17 Uhr oder irgendwas heute kommt ja auch der Podcast mit Hans Morg und also in dem Podcast habe ich auch ein bisschen so kritisiert dass man eigentlich ähnlich wie bei CFB ja eigentlich gar keine Speck hat von dem was die jetzt gerade entwickeln wollen und aufgrund dieser fehlenden Speck kann ich jetzt keine qualifizierte Aussage darüber treffen ob Miner Extracted Value vielleicht oder vielleicht auch nicht ein Problem bei IOTA selber sein könnte was es auf jeden Fall ist Front running Bots sind nicht einfach kein Problem bei IOTA das muss ganz klar sein und jetzt wenn ich so drüber nachdenke sind mir auch einige Sachen bei den Smart Contracts von IOTA nicht klar wir werden ja sehen erstmal muss IOTA überhaupt den Coordis liefern dann können wir gucken ob die all die anderen Herausforderungen die mit dieser ganzen Sache noch einher gehen überhaupt gelöst bekommen Na gut also ich wünsche euch viel also eigentlich was man dazu sagen könnte MEV ist kein Problem bei IOTA weil halt die Smart Contracts auch was weiß ich noch nicht richtig fertig sind okay egal also ich wünsche euch viel Spaß und viel keine Ahnung schaut euch das Interview mit Hans Mock an bis dann